hey hallo allerseits ich bin fandu und ich streame gems of wall sag ich schon also gems of war heißt das spiel was wollte ich denn sagen wall irgendwas football genau ich wollte sagen zum super bowl sonntag heute nacht ist der super bowl für die die morgens früh raus müssen ist das natürlich eine pflicht aufgabe weil dann kann man so schön die nacht durch machen ja ich grüße euch ich hoffe es geht euch gut hier ist wieder der launig lustige fando und freut sich auf eine schöne stunde mit euch ich habe ein bisschen was vor gnome event spielen gnome pelusa machen und so weiter aber als erstes begrüße ich mal ganz herzlich den ralf der war nämlich als erstes hier heute drin deswegen dir ein ganz besonderes dickes hallo und red dragon queen hallöchen thomas ich grüße dich frank hallo at dark schön dich zu sehen maligo ist wieder mit dabei zazu wunderschönen sonntag auch dir roli hallöchen frank fragt gleich mal den roli ob er die gilde gewechselt hat da kann dazu kann ich auch was sagen captain ahoi grüße dich und pan oh gott meine auch ein bisschen schlecht moment panatukan so jetzt habe ich noch nicht so lang gelesen und oder noch nicht so häufig gelesen ich grüße dich a natural spirit ist das hat sich umbenannt na dann erstmal werde ich hier meine mein tribut einfordern 26 das ist ja schon mal nicht schlecht kann man ja gerne nehmen so ich muss noch ganz kurz was im sound verändern so jetzt dürfte das auch wieder gut zu hören sein und so ja was wollte ich denn sagen gnome event natürlich da werde ich ein bisschen was von erzählen und ja lasst uns einfach starten eigentlich kann man sagen ist das gnome event ja besonders wichtig geworden das war ja schon immer wichtig weil das die möglichkeit ist an kammerschlüssel zu bekommen und letztendlich worum es überhaupt immer nur geht ist vielleicht eine der besten ressourcen im spiel die kammerschlüssel dann hier einzulösen wenn man auf gnome schatzkammer geht und dann die normalen kammerschlüssel als auch die epischen kammerschlüssel einzulösen warum ist das jetzt noch besser geworden naja weil sie ja vor ein paar wochen die die orb verteilung verändert haben und auch neue orbs eingeführt haben und das kann ich vielleicht kurz noch mal zeigen da gibt es ja jetzt ganz 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 interessante und wichtige orbs und die können wir mal durchgehen also das hier kennt kennt ihr schon die grünen die blauen die orangenen und die lilanen ob der macht es auch klar aber dann gibt es ja jetzt noch ob des schmiedens die eigentlich nicht interessant sind für spieler oder wobei die ob der schmieden sind schon interessant interessant weil man da schmiede schrift rollen für die waffen kriegen kann die hier sind nicht so interessant die ob der barren aber immerhin die gibt es jetzt im spiel auch der schergen sind natürlich super spannend um haustiere aufzuwerten und dann kommen die besten überhaupt die orbs des ruhms denn da kann man einfach ein elite level nach oben gehen und ihr seht ich habe von den kleinen ob das ruhms immerhin sechs und so ja die kriegt man halt wenn man in die schatzkammer geht und wiederum um in die gnome schatzkammer zu gehen hier braucht man eben die kammer schlüssel und wenn es gnome event ist sowie an diesem wochenende dann bekommt ihr immer mal wieder einen gnome zwischendurch in den kämpfen und der lässt das übliche fallen nur in dem gnome event jetzt hier oder schatzkammer event da gibt es eine höhere chance auf kammer schlüssel ok wie sollte man das spielen ja also ich zeige euch mal wie ich gnome jagen würde ich gehe dazu auf level 1 also erkunden level 1 das ist für mich ganz wichtig weil ich will besonders schnell spielen je schneller man ein kampf gewinnt desto mehr chancen hat man natürlich gnome zu kriegen in derselben zeit also deswegen mache ich jetzt hier gnome farmen und gnome farmen kann im prinzip jeder auch anfänger kann mit demselben team spielen und macht genauso viel schaden das problem ist natürlich dass ein anfänger nicht dreimal eisenfalke drin hat ich zeige gleich noch mal ein anderes team mit dem ich gnome palusa spiele da habe ich zweimal eisenfalke drin also auch das würde gehen wenn ihr das nicht habt dann kann ich noch ein zwei andere teams mal zeigen aber eisenfalke wäre dafür natürlich perfekt und das liegt an der letzten eigenschaft alle feinde erleiden fünf schaden wenn ein verbündeter ein zauber wirkt und mein verbündeter ist staubteufel und der ist bemächtigt das heißt ich kann ihn sofort auslösen und alle feinde kriegen dann fünf schaden plus fünf schaden von der eigenschaft von ab dem ersten eisenfalke fünf von dem zweiten fünf von das heißt ich mache einfach mal sofort 20 schaden indem ich einfach nur ein zauber spreche ja und so soll das ganze funktionieren so wen habe ich noch magelan ist noch dazu gekommen guten abend ich grüße dich 100 dragonit hast du bisher aus dem von dem dragoni gnome bekommen das ist doch immerhin was oder ja na dann also ich zeige euch mal wie das funktioniert also ich gehe in den kampf rein warum halt auch anfänger dieses team spielen können ist weil es keine kein magie bedarf oder keine attacke bedarf oder so es gibt keine werte erhöhung oder erniedrigung oder so je nach magie oder so sondern es ist tatsächlich ein fester wert alle feinde erleiden fünf schaden so und jetzt sieht man der hat 16 der 15 der hat 18 der 20 das heißt wenn ich jetzt einmal den staubteufel ausrufe dann müssten eigentlich alle weg sein genau und mein ziel ist es halt sofort in den kampf rein zu gehen in den kampf rein zu gehen dann sofort einmal den zauber sprechen vom staubteufel und alle sind weg und da hoffe ich dass dann da einfach jetzt mal ein gnome dabei ist und wenn das passiert dann ist es super dann hoffe ich natürlich wiederum dass der auch ein kammerschlüsse verliert ja bisher habe ich pech bisher noch kein gnome aber der wird schon bald kommen binfried ich grüße dich also dieses team von star wo die gegner möglichst jetzt habe ich übrigens ein gnome drin gehabt wo die ging mal gucken was der fallen lässt ok gold schade wenn das ein kammerschlüssel gewehr gewesen wäre wäre das natürlich super aber ja so funktioniert das also ich wollte so antworten dass dieses tun team nur in wildebene funzt es funktioniert überall dort und das ist halt wildebene wo die gegner eben nicht auf über 20 kommen insgesamt ich habe das auch gespielt in sünde von marai und glaube dass das da auch geklappt hat ich kann es ja mal ich kann ja mal einen durchgang hier machen und gucken wir mal ja sieht doch gut aus also es gibt es gibt natürlich einige territorien die besser geeignet sind oder königreiche und einige die nicht so gut geeignet sind aber ja Das ist ja überhaupt überraschend gewesen deswegen mache ich den stream ja überhaupt nur über dieses thema dass wir jetzt ein gnome event haben das war nämlich nicht angekündigt eigentlich das gab lange hin und her haben die für zwei wochen lang gar kein gnome event angekündigt und das nach der änderung der orbs und alle haben dann aufschrei gemacht ja wir brauchen das gnome event und so weiter dann kann von den devs viel hin und her und das war nie geplant und es gibt gar keine regel und blablabla haben sie sich sehr geziert und haben dann irgendwann gesagt na gut wir machen ein extra gnome event im januar ist nicht passiert ist nicht gekommen ja und jetzt mit einmal kommt ein extra gnome event mitten im februar und genau eine woche bevor das reguläre gnome event wäre das versteht wer will keine ahnung was immer das soll ich nehme das mal einfach so hin und sage okay ist doch gut gnome event ist immer prima also von daher nehmen was hin haben wir ja zwei wochenenden hintereinander also du siehst gerade sasu es funktioniert ja auch hier in sünde von marai also ich glaube das beste ist tatsächlich wild ebene aber da seht ihr da war auch einer mit 20 leben drin sünde von marai würde wohl auch gehen und dann wird es tatsächlich weniger aber das ist ja eigentlich völlig egal wo man das so farmen will gut man könnte vielleicht ein paar steine noch kriegen als belohnung aber da kommt ja beim gnome event tatsächlich nicht unbedingt drauf an joachim ich grüße dich manuela hallöchen habe ich noch jemand übersehen da gesagt ich spiele etwas anders erst ein bis zwei runden pvp genau da komme ich auch gleich zu um ein pad für die gilde auslösen dann erkunden mit one shot genau also erst das erkunden danach bevor er ins pvp gegangen sind gut ich will mal noch ein zwei andere teams zeigen mit denen ihr da auch spielen könntet weil das mit den zwei oder drei eisenfalken das hat ja nicht jeder also ich gehe in level 1 das könntet ihr dann auch höher spielen und kann natürlich so mein tägliches team mit dem ich schnell farme mit phoenixia und der maragi königin das kann ich natürlich hier auch wunderbar verwenden da könnte ich auch ein höheres level spielen da könnte ich auch level 4 level 5 je nach magie ich gehe jetzt mal ein level 1 rein ist ja egal ich will es ja nur kurz zeigen also so ein typisches event das für nie sehr schnell voll wird durch die maragi königin kriegt sie 50 prozent mana start aber ihr seht manchmal wird sie nicht nach einem auslösen voll ja und dann aber wenn sie dann den zauber macht dann sind alle weg und da könntet ihr zum beispiel auch wo haben wir es schnelles team 2 ein team mit rovain spielen die schwarzen handschellen braucht ihr könntet ihr auch dafür benutzen zum beispiel falls die zuerst voll werden füge allen feinen schaden zu oder eben rovain auch das geht auf stufe ich glaube zwei oder drei noch ich weiß nicht wie hoch ich spiel das eigentlich selten aber das ist auch so etwas durch die maragi königin die gibt ja allen verbündeten elementaren 50 prozent mana hat rovain was er auch elementar ist einfach schon sechs ja und dann löse ich einmal den leprechaun aus und dann einfach danach gleich rovain und dann sind die alle weg ja auch das ist ein team mit dem man ganz schnell farmen kann das zeige ich auch noch mal vielleicht ein zweimal damit das klar ist wenn man den eisenfalke nicht hat aber eisenfalke geht natürlich am schnellsten mit dreien und dann einfach nur einmal klicken schneller ist einfach nichts als einmal klicken man hilft gerade sagt gerade das habe ich jetzt noch nicht nachgelesen dass es nächste woche vielleicht dann kein gnome event gibt sondern arena und gnome fällt aus eigentlich sollte das doch beides zusammenkommen nächste woche ja ihr seht die entwickler machen ein bisschen was sie wollen und ich habe ja schon immer seit jahren in dem spiel gesagt wenn jemand sagte in zwei wochen kommt das und das königreich und da werden sie das und das einführen oder die neue mythische die wird sehr gut sein oder so und da habe ich immer bisher gesagt wartet ab weil es gab immer wieder dass die entwickler kurz vor tore schluss bevor es veröffentlicht wird quasi immer noch mal was verändert haben und man sieht es immer wieder also ich brauche mir eigentlich keine gedanken vorher machen bei diesem spiel wie was jetzt demnächst sein wird wann was kommt inzwischen bin ich sogar so dass ich zwar die wochenvorschau mir angucke was in der woche passiert aber ihr seht ja selbst das kann noch mal kurzfristig geändert werden aber weiter gucke ich nicht mehr also ich gucke eigentlich jeden tag gibt es heute irgendwas neues ist was dazu gekommen und wenn ich merke es ist was wichtiges wie ein update oder so mache ich ja ein video davon aber so groß vorhersehen was in zwei wochen ist das lohnt nicht weil es wird ja doch wieder geändert zumindest ist das oft so gut so versuche ich hier überhaupt gnome zu kriegen was ist überhaupt der vorteil wenn ich gnome kriege naja die kammer schlüssel kriege ich und ich habe noch eine zweite möglichkeit an kammer schlüsseln zu kommen denn im gnome event und das sieht man dann nehmen 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 wo haben wir es denn kopf gilt in normalerweise müsste das hier stehen aber ich will ja nicht in die kopf gelder rein ha wisst ihr gerade ich habe es nicht im kopf wo man jetzt sehen kann wie viele kammer schlüssel man schon bekommen hat als Belohnung, immer wenn man 5 Gnome tötet, kriegt man einen Extrakammerschlüssel. Danach muss man 10 töten, dann kriegt man wieder einen Extrakammerschlüssel. Dann muss man 15 töten, dann kriegt man wieder einen Extrakammerschlüssel. Und so kann man auch, selbst wenn die Gnome keinen Kammerschlüssel abwerfen, so kann man auch Ne, kann ich jetzt nicht erkennen, weiß ich nicht. So kann man halt auch noch extra Belohnung kriegen, Kammerschlüssel. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich das sehen kann. Ich gucke da sehr schnell nach. Klick mal in die Schatzkammer und dann wieder zurück. Dann mache ich das mal. In die Schatzkammer und dann wieder zurück. Ah, okay, dann ändert sich das hier. Das wusste ich nicht. Alexander, du bist mein Held. Sehr cool, das wusste ich nicht. Wenn hier was anderes steht, einfach in die Schatzkammer gehen. Okay. Ja, und hier sieht man das. Ähm, hier unten die Belohnung. Ähm, da seht ihr jetzt, äh, 29 Kammerschlüssel habe ich und 95 bräuchte ich, also Gnome, damit ich wieder den nächsten Kammerschlüssel kriege. So. Und das fängt mit 5 an, dann 10, dann 15. Ihr seht, ich habe schon ein paar Gnome Palusas gespielt an diesem Wochenende, so dass ich jetzt 95 Gnome brauche, insgesamt, und 29 habe ich schon, dann würde ich wieder ein Kammerschlüssel kriegen. Danach sind es dann 100 und so weiter. Skafismus, ich grüße dich, guten Abend. Fegi, ich grüße dich, auch dich will ich nicht übersehen. Also, Alexander bestätigt auch noch mal, dass das Gnome Event nächste Woche dann wohl abgesagt wurde. Okay. Gut. Ähm, wie kann ich das noch am besten ausnutzen mit dem Gnome Event, äh, dass ich ganz besonders viele Gnome kriege? Weil so kommen die ja per Zufall einfach mal in den Kampf rein. Und ihr kennt es ja, da gibt es Gnome Palusa. Habe ich auch Videos drüber und so könnt ihr euch in Ruhe mal angucken, wenn euch das irgendwie unklar ist. Man kann hier in die Seelenschmiede reingehen und unter anderes, ähm, auf Gnome Palusa gehen und dann hat man immer für eine Viertelstunde, wenn man einmal das einlöst, hat man immer für eine Viertelstunde nur Gnome, die auftauchen. Gut. Warum hat vorhin, wer hat das geschrieben, äh, dass er das anders spielt? Äh, Dark, glaube ich. Warum hat er gesagt, dass er erst ins PvP geht? Naja, es gibt einen besonderen Gnome, das ist der Haustiergnome. Und der erscheint nicht bei Erkunden, sondern wenn man ins PvP geht. Das heißt, viele machen erstmal Gnome Palusa, die lösen das quasi ein, gehen dann ins PvP, spielen hier PvP, meistens hier links natürlich das, was sehr einfach funktioniert, in der Hoffnung, dass da, äh, ein Gnom kommt. Wenn nicht, gehe ich da wieder raus, gehe wieder rein, gehe wieder raus, gehe wieder rein, bis endlich dieser eine besondere Gnom kommt, der Haustiergnom. Dann fängt man den und dann geht's raus und dann macht man ganz normal die Gnome Palusa weiter. Und so kann das, äh, kann die Gilde davon profitieren, dass man halt auch immer dann ein Haustier am Anfang kriegt. Natürlich, wenn schon ein Haustier da ist, gerade in der Gilde, das dauert ja immer eine Stunde, dann macht das natürlich keinen Sinn, dass man das macht, aber so könnte man das machen. Gut, und dann will ich jetzt mal drauf eingehen, wie ich Gnome Palusa spiele. Also, ich gehe erkunden, Level 1 rein und habe ein anderes Team, und das habe ich euch vorhin schon kurz gezeigt, das Team für Gnome Palusa ist auch ohne Held. Zweimal Eisenfalke, dann Gier und Staubteufel. Manche sagen, sie spielen nicht gerne mit Gier, sondern mit, ähm, Schwester Oberin. Was ist der Unterschied? Das Wichtige bei beiden ist, dass sie bemächtigt sind, also sofort ausgelöst werden können, und dass man einen Extrazug bekommt. Bei der Schwester Oberin ist das genauso. Der Unterschied ist, dass hier Gier einfach nochmal Gold sammelt. Erhalte Gold entsprechend meinem Leben. Das heißt, man hat diese 100 Gold voll und kriegt dadurch am Schluss des Kampfes 150 vielleicht oder so Gold mehr, als wenn man das nicht mit Gier spielt. Auf der anderen Seite sagt man, dass das Team, wenn ich hier Schwester Oberin reinpacke, ich kann es ja mal machen. Oh, Schwätzer nicht. Du bist aber ein Schwätzer. Okay, gut. Also Schwester Oberin, das ist die hier. Die ist auch bemächtigt und macht auch einen Extrazug. Wenn man die jetzt hier reinsetzen würde, würde das auch genauso funktionieren. Aber es gibt einen kleinen Unterschied in der Geschwindigkeit. Angeblich. Und der Unterschied ist, dass Gier, wenn man in den Kampf geht, einen braunen Edelstein am Anfang des Kampfes explodieren lässt. Das ist aber so schnell und so, glaube ich, von der Zeit her gering. Es kommt natürlich darauf an, was dann nachfällt. Wenn da ein paar Vierer nachfallen, dann kann das schon mal eine Sekunde länger dauern. Aber vielleicht ist das im Schnitt, ich weiß nicht, eine halbe Sekunde langsamer oder sowas. Jetzt ist die Frage, spielt das eine Rolle? Spielt das wirklich eine Rolle? Kriege ich dadurch zwei Kämpfe mehr? Wahrscheinlich eher nicht. Kriege ich einen Kampf mehr? Möglich. Vielleicht ist auch immer einen Kampf mehr dadurch drin möglich. Dafür habe ich aber auch ein klein bisschen mehr Gold, wenn ich mit Gier spiele. Also, insofern müsste man halt gucken, was einem da lieber ist. Ich kann beide Teams empfehlen. Ich spiele das mit Gier, weil für mich ist der Unterschied in der Geschwindigkeit so gering, dass ich das nicht unbedingt als so wichtig empfinde. Und ein bisschen Gold mehr finde ich gut. Jetzt brauche ich es auch nicht so unbedingt, aber besser als nicht haben. Ich grüße dich, MG. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Und Mare, Hallöchen. Mensch, dich darf ich natürlich nicht übersehen. Auch schön, dich hier zu sehen. Okay, dann werde ich jetzt mal eine Gnomepalooza spielen. Aber bevor ich anfange, will ich ganz kurz auf meine Gilde eingehen. Ihr wisst ja, ich spiele bei der deutschen Gilde Fun Factory. Und wir sind, ich will etwas kurz zu der Gilde sagen, denn wir haben zwei Plätze frei. Ich will kurz etwas zu der Gilde sagen. Wir werden normalerweise immer alle Events hier schaffen. Und auch diesmal werden wir das wieder schaffen. Wir sind bei den Belohnungen, oh ja, kurz davor. Das wird heute auf jeden Fall noch passieren. Also das ist kein Problem. Unsere Aufgaben, die wir machen, ich glaube, die sieht man unter Gilden und Aufgaben. Da seht ihr, wir haben alle normalen Aufgaben natürlich abgeschlossen. Von den epischen machen wir auch ein paar, aber wir schaffen nicht ganz alle. Allerdings, wenn Gildenkrieg ist, machen wir immer alle. Also da sammeln wir dann so ein bisschen Geld und dann machen wir natürlich immer alle. Also das ist auch ziemlich gut, denke ich. Und dann kommt der Gildenkrieg. In der Liga sind wir auf Platz 204. Ich persönlich finde, das sagt einfach Null aus. Ihr seht ja, wenn ihr ganz nach oben geht, irgendwie so die Besten. Und ob man nun da ist oder nicht, das hat ja gar keine Aussage. Das heißt nur, dass mal Mitglieder in der Gilde viel gespielt haben. Bei uns ist jeder aktiv. Das ist vielleicht für viele auch wichtig. Ich zeige das mal hier vom Kader her, dass jeder in dieser Woche gespielt hat. Oh, haben wir einen neuen drin? Zazu, haben wir schon jemanden gefunden? Okay. Aber normalerweise, ihr seht, jeder spielt, jeder spielt in dieser Gilde. Also, ja, und dann haben wir noch den Gildenkrieg. Da sind wir jetzt in Gruppe 49 und dann sind wir jetzt aufgestiegen, wo immer wir da jetzt hinkommen. 48, 47 vielleicht. Mal gucken. Also, also, dann war das tatsächlich schon jemand, den wir aufgenommen haben. Also ein Platz ist noch frei, wer immer Lust hat in einer coolen, lustigen Gilde, die auch den Gilden-Chat nutzt und Discord hat und eine Website hat und so weiter zu spielen, dann schreibt das hier mal rein und dann wird euch jemand anschreiben oder schreibt mir in die Kommentare. Oder ihr kennt ja den Surfer sicherlich auf Discord oder ihr kennt auch die Website, habe ich ja schon mal ein paar Mal gezeigt. Also, wenn ihr eine Gilde sucht und überlegt, aktiv zu spielen, in einer anderen Gilde, wo es sehr spaßig und lustig zugeht und mit zwei netten Chefs zusammen zu spielen und ich bin auch da und nein, ich gehöre nicht zu den Chefs. Also, von daher, dann nur zutraut euch und vielleicht habt ihr Lust, mit mir und uns zu spielen. Gilt natürlich nicht für Konsole, also es ist tatsächlich für PC oder Android oder sowas halt, aber nicht Konsole. Gut, dann jetzt aber mal Gnome Palooza. Ja, ich glaube, das kann ich dann machen. Seelenschmiede rein und dann Gnome Palooza spielen und mal hoffen, dass ich ein paar Kammerschlüsse, das will mir mal aufschreiben, wie viele Kammerschlüssel ich jetzt habe und dann mal vergleichen, wie viele ich jetzt bekommen habe. Kammerschlüssel, ich habe 115. Moment, muss ich mir mal aufschreiben. 115 Kammer und epische Kammerschlüssel habe ich 17. Naja, dann wollen wir mal schauen, wie produktiv das wird. Butcher, ich grüße dich übrigens. Anu und Orpheus-Orden kosten nur Zeit, weil es wird kurz die Anzeige gemacht. Meinst du das? Na gut, nehme ich das mal raus. MG, wenn du was sagst, hat das meistens Hand und Fuß. Ich wüsste nicht, dass das mehr Zeit kostet. Also auch das wird sicherlich im Millisekundenbereich liegen. Aber okay, mache ich mal. Gut, dann, also nehmt es nicht zu genau. Also ich bin kein Spieler, der alles auf eine zehntel Sekunde heraus berechnet. Ich mache mir hier keinen Stress in dem Spiel. Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Das habe ich in meinem normalen Leben schon genug. Und deswegen werde ich das Ganze zwar entspannt spielen, aber da ich nebenbei auch noch rede mit euch und so weiter, vergesse ich auch manchmal weiterspielen oder mache mal eine kleine Pause oder irgendwie so. Klar, Millisekunden. Okay. Gnomepalooza, dann wollen wir mal. Auf geht's. Dann rein in den Kampf. Erkunden. Ach so, war ja schon eingestellt. Ja, seht ihr? Und schon habe ich Zeit verloren. Hahaha. Ach nee. Gut, dann gucke ich mal. Oh, da ist ein verfluchter Gnome drin. Das ist natürlich nett. Und das, wenn das der erste Kampf ist, da will ich jetzt mal kurz warten, will ich mal sehen, da kriege ich vielleicht, nee, doch nur zwei verfluchte Ruhnen. Da hätte ich länger spielen müssen, den Kampf. Na gut. Okay, das kann ich vielleicht am Schluss noch mal sagen, wie man da noch mehr Ruhnen kriegt. Da müsste man, oder das kann ich jetzt auch sagen, da müsste man die Zeit verzögern, dass man sagt, man soll 50 Sekunden Minimum vergehen lassen, ehe man den Kampf gewinnt. Oh, das waren gleich gerade drei Kammerschlüssel auf einmal. Ja, da müsste man 50 Sekunden bis eine Minute vergehen lassen und erst dann den Kampf abschließen. Und dann kriegt man die voll, mehr von den verfluchten Ruhnen. Also das gilt für den Dragonit-Gnom, wie auch hier für den verfluchten Gnom. Aber ich will jetzt Kammerschlüssel sammeln. Würde man sagen, ich lege Wert auf Dragonit oder so, dann würde man auch wiederum anders spielen. Dann geht man eigentlich schon wieder raus aus dem Kampf, wenn kein Dragonit-Gnom drin ist zum Beispiel. Das könnte man auch machen. Immer wieder raus, rein, raus, rein. Und wenn er dann drin ist, dann macht man den Kampf. Also es gibt ein paar unterschiedliche Tricks und Kniffe und Möglichkeiten so zu spielen, aber ja. Ich will jetzt unbedingt Kammerschlüssel haben und deswegen spiele ich auch schnell. Zumindest werde ich mir nicht Zeit lassen. Ja, und ihr seht, wenn ich beide hintereinander auslöse, oh, nochmal epischer Schlüssel gekommen. Das ist natürlich nett. Du meinst, dass man aus dem Kampf erstmal wieder rausgeht und gleich wieder rein. Also ich habe das zwei, drei Mal gemacht und fand das total anstrengend. Das habe ich damals gemacht, als der verfluchte Gnome, also ich spreche gerade mit Sasu, weil sie das geschrieben hat, als der verfluchte Gnome ins Spiel kam, da habe ich das versucht, dass ich, das war auch außerhalb des Events, dass ich Gnome Palooza gestartet habe und so lange gewartet habe, nee, das war im Event, natürlich, ich muss ja den, ich muss ja Gnome finden. Und immer wenn ein verfluchter Gnome kam, bin ich in dem Kampf geblieben und habe den dann fertig gemacht. Und wenn keiner drin war, bin ich sofort wieder raus und wieder rein und wieder raus und so. Die sind aber so selten, die sind manchmal gar nicht aufgetaucht, trotzdem nicht und manchmal einmal, manchmal zweimal. Und jetzt ist die Frage, lohnt sich das, dafür eine Gnome Palooza zu opfern und so? Ja, ich weiß nicht. Ich habe es dann irgendwann wieder aufgehört, aber so hat man natürlich eine Möglichkeit, speziell Dragonit oder diese verfluchten Runen zu farmen. Boah, das fällt mir voll schwer, gerade mit euch hier zu reden und zu erklären, wenn ich hier eigentlich ganz schnell klicken will und an die richtigen Plätze klicken will. Na gut, ich kann mich mal entspannen, selbst wenn es ein bisschen länger dauert, ist ja alles okay. Weil ich will ja auch noch lesen, was ihr zwischendurch schreibt. Aber ihr seht ja, wie lange so ein Kampf dauert. Hey, hat der MG gerade geschrieben, wie Fando sagte? Cool. Jetzt vertröne ich schon wieder Zeit, weil ich erstmal nachlese, was ihr geschrieben habt. Und wer mit Maus, also am PC sitzt und mit Maus und Tastatur spielt, der, da lege ich zum Beispiel meine linke Hand auf die Escape-Taste von der, von der Tastatur. Falls jemand diesen, naja, ist ja kein Trick, aber das kennt, das ist auch nochmal eine hundertstel Sekunde schneller, wenn ich eben am Schluss nicht auf Überspringen und so weiter mit der Maus klicken will, sondern einfach nur auf die Escape-Taste drücken will. Leider passiert mir dann manchmal, dass ich zweimal auf die drücke und dann bin ich kurz aus der Palooza raus. Und dann habe ich deutlich Zeit verloren. Ach siehste, Haustier habe ich gar nicht gemacht. Hätte ich natürlich auch vorher jetzt mal reingehen können ins PvP. Naja, nun ist eins da. Irgendjemand macht gerade die Runde. Ja, hat denn jemand Interesse gezeigt hier mit Gilde, dass er mit uns zusammen in einer Gilde spielen will? Deutschsprachig, also kein Stress, ganz entspannt. Also wie gesagt, ein Platz ist auf jeden Fall noch frei. Von daher, ich würde mich freuen. Aber es gucken ja manche auch diesen Stream etwas später. Also wenn ihr das noch seht oder so, dann schreibt das in die Kommentare oder schreibt mich auf Discord an oder so. Gut, ich bin gespannt. Am Anfang kam ja einiges an Kammerschlüssel. Wie viel jetzt hier dabei rauskommen noch? Jetzt gerade habe ich das Gefühl, kommen gerade keine mehr. Naja. Ja, ihr redet immer noch darum, darüber, wie man diese Dragonie-Gnome oder die verfluchten Gnome versuchen kann, zu jagen. Ja, also mich hat es, um das nochmal zu sagen, irgendwann genervt, weil man ist eigentlich, man geht ständig nur aus Kämpfe raus. Also man geht sofort rein, also man geht rein und dann sofort wieder raus. Rein, sofort wieder raus, wenn ich nicht. Und irgendwie macht das ja auch keinen Sinn vielleicht, aber keinen wirklichen Spaß. Ihr wisst ja von mir, ich bin so ein Spieler auch nicht. Also für mich ist das immer an erster und oberster Stelle, dass das ein Spiel ist und mir Spaß machen soll. Deswegen bin ich auch kein guter Farmer. Also ich, also im Sinne von Zucchini anbauen oder so vielleicht, da wäre ich schon ein guter Farmer. Aber was die Spiele angeht, so stundenlang dasselbe machen und so ist nicht meins, da verliere ich eigentlich die Lust. Ich brauche immer wieder irgendwie Input für Gedanken. und wenn ich das nicht habe und nur stumpf sind ich rumklicke, da denke ich mir, da kann ich mit meiner Zeit auch was Besseres anfangen. Aber das ist natürlich, jeder ist da anders. Ich kenne einige Spieler, denen macht gerade das Farmen besonders viel Spaß. Und das ist auch okay. Also ich meine, Geschmäcker sind unterschiedlich, ist alles super. Ich kann immer nur für mich reden, dass ich da nicht so derjenige bin, der das besonders gerne macht und habe deswegen damit aufgehört auf diese Art und Weise Dragonit oder verfluchte Runen zu versuchen zu jagen oder zu finden. Und nee, das kommt schon so im Spiel irgendwann mal. Letztendlich alles, was ihr macht und wofür ihr Geld ausgebt und was ihr besonders intensiv und schnell macht oder sie dient ja letztendlich nur dazu, dass die Zeit, bis ihr alles habt, verkürzt wird. Weil wenn ihr dieses Spiel spielt, kommen sie natürlich darauf an, wie häufig und wie viel ihr das spielt. Aber irgendwann habt ihr alles. Also das ist so. Man braucht eigentlich nur Zeit und Geduld. Und wer die nicht hat, weil man schon relativ früh was erreichen will und gut spielen will oder wie auch immer, der muss natürlich ein bisschen gucken, wie er farmt und was Sinn macht. Also Nischerorden zum Beispiel sind wirklich wichtig zu haben. Plus zwölf Magie im besten Fall ist einfach wahnsinnig wichtig und kann total entscheidend sein. Denkt mal an PvP oder Gildenkrieg. und da muss man eben Level zwölf erkunden, farmen. Da hilft es ja nichts. Also anders kommst du da nicht ran. Oder du gibst halt sehr viel Geld aus, wenn du eine neue mythische kriegst. Da gibt es dann immer ein Angebot für Nischerorden zu kaufen. Aber da muss man halt, ich weiß nicht, was ist es, 40, 50 Euro oder so abdrücken. Und ja, irgendwann hat man sowieso alles. Man muss einfach nur spielen. Von daher ist halt die Frage, erkauft man sich ein wenig Zeit und Nerven? Ja, ich habe zum Beispiel, als ich meine Klassen hochgelevelt habe, das kann ich auch sagen, habe ich ganz gern mal die Angebote aus der Arena benutzt. Und normal sagt man, ah ja, du brauchst doch nichts dafür ausgeben, das kannst du dir ja auch so erfahren. Und stimmt, völlig richtig, aber meine Nerven, meine Nerven in einer Klasse zu spielen, die ich ätzend finde, die ich nicht mag, die mir nicht viel bringt, da habe ich einfach keine Lust, stundenlang zu farmen, nur um diese Klasse vollzukriegen. Und da habe ich zum Beispiel Edelsteine ausgegeben, um mir 100 Punkte zu kaufen, habe ich wieder eine Stufe höher geschafft und so und musste dadurch deutlich weniger spielen. Und das war es mir einfach wert. Aber da ist jeder anders und jeder darf da natürlich spielen und hat seine Berechtigung, wie er will. Ja, von daher, ich glaube, es gibt wirklich jedes, wie sagt man, jeden Tierchen, sein Pläsierchen. Also jeder kann so spielen, glaube ich, wie es passt und wie er Lust hat. Okay, jetzt lese ich gerade mal ein bisschen wieder, was ihr da so schreibt. Spielen niemals, was? Ark Survival Evolved? Oh Gott, das klingt ja furchtbar schon, der Titel. Ist mir schon zu kompliziert, als dass ich spielen würde. Da fahrt man sich zu Tode. Ja, sowas, so eine Spiele sind echt hart für mich, echt schwierig. Und nach einer Zeit, also man muss trotzdem Fortschritte sehen und nach einer Zeit wird das echt schwer, wenn man dann ein sehr gutes Level erreicht hat und dann nur besser wird, wenn man, sagen wir mal, 20 Stunden lang immer denselben Kampf gemacht hat. Dann kriegt man irgendwann vielleicht ein irgendwas, was einen dann weiterhilft. Ja, das ist, das wäre nichts. Ja, die letzten Klassen hast du mit Phoenix und Tink gespielt, habe ich auch gemacht. Phoenix und Tink zusammen in einem Team bedeutet, man kann, egal welche Klasse spielen, man ist nicht mehr auf die Farbe angewiesen. Also mit Phönizia natürlich, Phönizia und Tink. Und habe ich auch gemacht, aber auch das hat mich einfach irgendwann nur genervt. Ja, ich werde mal gleich dann gucken, wenn die Gnome vorbei sind, was wir an Kammerschlüssel gesammelt haben. Bin schon gespannt. Und dann muss ich übrigens auch noch meine Dungeons machen und habe mal ein neues Team mal wieder kreiert und zwar ein Team gegen Stille. Also wenn ich still gemacht habe, wo habe ich Beatrix reingenommen, hatte ich davor auch, aber irgendwie hat mir das nicht gefallen. Habe mal ein neues Team kreiert vor einiger Zeit und das habe ich bisher noch nicht anwenden können. Mal gucken, vielleicht ja heute. Also ich kann sagen, übrigens zu den Strophen, wenn einem Strophen fehlen, dann ist es scheinbar wirklich so, dass jedem andere Strophe fehlen. Also es ist selten so, dass mehrere Leute sagen, bei mir ist genau dieselbe Strophe, die fehlt. Also da scheint tatsächlich der Zufallsgenerator zu funktionieren oder zumindest haben die Devs das nicht nachträglich oder so irgendwie geändert oder vorsorglich falsch eingegeben. Das scheint sich auch ausgeglichen zu gestalten. Phenicia und Tink, weil dann kannst du ja in fast jeder Klasse spielen. Du kannst dann, dann hast du halt keinen Platz mehr für die Maharaji-Königin natürlich. Das geht dann ein bisschen auf Kosten der Schnelligkeit, wenn man so will. Hallo Fruchtzwerg, ich grüße dich. Zwei verfluchte Runen. Okay, nehme ich. Immerhin, besser als nichts. Der hätte ja auch gar nicht auftauchen können. Das wäre so eine Möglichkeit gewesen, wo ich den jetzt gesehen hätte, dass ich mal verzögert hätte. Ich weiß jetzt nicht, wann die Zeit abläuft, also bald müsste das ja auch vorbei sein. Ich habe jetzt nicht genau geachtet, wann ich reingegangen bin. Jetzt hätte ich zum Beispiel verzögern können, wo ich den verfluchten Gnom gesehen habe und hätte sagen können, okay, den letzten Kampf, da mache ich jetzt eine, lasse ich jetzt eine Minute verstreichen und dann zieht das Cap nicht mehr. Also das Cap heißt ja immer dieser, dass es gedeckelt wird, dass man viel weniger Ressourcen kriegt, wenn man schneller spielt in der Gnome Palooza. Ich denke, das werden die meisten wissen. Je schneller man es spielt, desto weniger kriegt man an Belohnungen. Also das haben die gedeckelt. In Englisch sagt man dazu so ein Cap reingemacht. Da ist der verfluchte Gnome. So, jetzt warte ich mal ab. Ich lasse mal die Zeit verstreichen. Ich kann ja schon mal einen auslösen. Gut, und jetzt warte ich mal so circa eine Minute. Das ist gut. Jetzt kann ich entspannen zwischendurch und mal lesen, was ihr so geschrieben habt. Max Fast ist reingekommen. Guten Tag, auch dir. Und kann mein Chai-Tee mal in Ruhe löffeln zwischendurch. Ah, wie schön. Ah, schon kühler geworden. Hab vergessen, ihn zu trinken. Hab ich mir so schön vorbereitet vor dem Stream. Chai-Tee mit Milch. Mh. Und jetzt ist er schon abgekühlt. Naja. So, ich schätze mal, jetzt sind so 30 Sekunden vergangen. Ja. So, was schreibt ihr noch? Das mit dem Haustier-Gnomen beim PvP wusste ich noch gar nicht. Danke dafür. Ja, sehr gerne. Dafür mache ich ja den Stream, dass da wieder ein paar neue Sachen klar sind. Ich löffel Tee manchmal, ja. Genau. Oben rechts auf Zahnrad A. Im Kampf seit einer Minute 34. Oh, na super. Dann kann ich den ja jetzt fertig machen. Und dann gucken wir mal, wo der Unterschied war. Also eben habe ich zwei verfluchte Runen bekommen. Mal gucken, was jetzt passiert. Und jetzt seht ihr mal, ob sich das gelohnt hat, mal zu warten. 13. Ja, ich glaube, man kann 15, habe ich schon mal 16 gesehen? Ich weiß es nicht. Aber sowas in dem Dreh kriegen? Hat sich gelohnt. Weil davor hatte ich zwei. Jetzt habe ich eine Minute gewartet oder eigentlich länger eine Minute und dadurch kriege ich 13. Also wenn ihr das kurz vor Schluss seht, dann ist das natürlich super gut. Also dann warten, wenn das der Dragonit-Gnom gewesen wäre, noch besser. Aber auch verfluchte Runen nimmt man ja gerne mit. Ich hatte heute beim Gnomjagen auf Level 1 einen Mimik- und dann Horde-Mimik-Kampf. Um Gottes Willen, sowas gibt es. Im Spiel habe ich ja noch nie gesehen. Und habe dann fünf der super seltenen Gar-Token bekommen. Ja, das ist nicht gut. Okay. Ich habe auch den vollen Ruhm bekommen. Ach so, weil das abgelaufen war. Meinst du, MG, deswegen habe ich die Belohnung voll bekommen? Weil die Palooza vorbei war. Aha. Aber Moment. Wartet. Nicht, dass ich was... Ich will ja auch nichts Falsches hier irgendwie sagen. Es ist doch so, wenn man in so einen Kampf reingeht und der Kampf selbst dauert eine Minute, dann kriegt man die volle Belohnung oder ist das falsch? Also, wenn der Kampf eine Minute dauert circa, dann kriegt man die volle Belohnung, oder? Wenn der Kampf jetzt zehn Sekunden dauert oder fünf Sekunden oder so, dann kriegt man ja... Korrekt ist leider falsch. Sehr schön. Also, ich habe... Ah, wartet mal. Also, es geht nicht um die Minutenanzahl, wie lange der Kampf dauert, sondern zu dem, wie der Teambonus ist, also der Kampfwert sozusagen im Vergleich zum Gegner, ja? Ist es das? Und spielt die Zeit jetzt überhaupt keine Rolle mehr? Weil es gibt ja so viele Aussagen dazu im Forum und so. Spielt die Zeit gar keine Rolle mehr? Also beides, ja. Also von der Zeit und auch von der Teamstärke. Das heißt also, wenn man jetzt mit einer Zeit eine Minute wartet, kriegt man immer noch nicht die vollen 13 Runen, zum Beispiel wie jetzt, sondern man würde dann nur drei oder vier kriegen, weil immer noch die Teamstärke der Unterschied ist. Da müsste man mit einem höheren Team, mit einer höheren Team... mit einer niedrigeren Teamstärke spielen. Das geht ja irgendwie nicht, als ich eh schon spiele. Korrekt jetzt? Dass das nur klar ist. Okay. Genau. Das also nicht warten, sondern kurz vor Zeit, zu Schluss die Zeit auslaufen lassen. Gut. Dann habe ich das wenigstens ja gemacht, auch wenn es zufällig war, dass es abgelaufen ist in der Zeit. Auf E12 ist es dann kaum ein Unterschied in der Teamstärke. Da lohnt es sich dann, aha, eine Minute zu werden. Aber wer spielt denn E12 auf Gnome Palooza? Dann... Böö. Das macht ja nun nicht wirklich viel Sinn. Wenn ich das richtig sehe. Also dann lieber das schnelle Spielen. So. Bei Gelegenheit, wo wir schon darüber gesprochen haben, werde ich mal jetzt meine Dungeons machen. Das ist bestimmt die Falle am Anfang. Nein, ist sie nicht. Cool. Na dann, erst mal den ersten Kampf. Dungeon. Auf E12 war das. 45 Sekunden zu warten. Ja, da habe ich gesehen, zwischen 50 und einer Minute im Forum. Aber 45, okay. Wenn du das sagst, MG, wird das wahrscheinlich so sein. 45. Die Ladezeiten mitgezählt werden. Okay. Also das ist dann auf äh, auf 12. Haha. Konsolengigant spielt gerade Palooza auf 12. Okay. Und in der Hoffnung dann, dass da entsprechend dann so ein, äh, Dragonit oder Verfluchter genommen ist und dann wartet man die 45 Minuten. Das gilt also nur für für, äh, E12, wenn ich das jetzt so weit richtig zusammengefasst habe. Während einer Palooza mit Zeit auslaufen lassen. Ja, also für die E1-Palooza auf jeden Fall, ja. Außerhalb der Palooza volle Belohnung, sagt MG auch gerade. Na gut. Spiele nur für den Horde-Mimik. Das ist interessant. Nebenbei halt Palooza. Okay. Wenn du so viele Gnomen, äh, also so viele von den Liederrollen hast, diese Musikgnomen hast, dass du dir das locker leisten kannst, einfach das dafür auszugeben, um so nebenbei das zu machen. Gut. Konsolengigant. Nicht schlecht. Muss direkt mal gucken, was ich habe, wie viel ich einfach von den, äh, von den Liedern habe, von den Strophen habe. Ähm, wo mache ich jetzt links unten? Oh, auch noch ein Kampf. Wow. Das ist ja jetzt spannend. Jetzt habe ich eine Chance von bei vier Türen eine. Na ja, gut. Zweite wäre noch nicht. Ah, okay. Wollen wir mal gleich gucken. Es gibt ja noch, äh, die, dieses, äh, Bonus-Teil. ich brauche, ich brauche, so, Es sind leider sehr viele unempfindliche hier gerade drin, klar, aber was soll's. Und da dürfen die Schädel nicht allzu blöd nachfallen. Da nehme ich mal einen. Und es wird Zeit den Zul'Goth vollzukriegen. Oh, wieder Vierer für den Gegner, mehrfach, das ist aber blöd nachgefallen. Hoffentlich überlebt Zul'Goth, ich will ja wohl das Ding hier nicht jetzt noch verlieren. Na gut, das ist etwas, was ich an dem Spiel ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt, muss ich auch ein bisschen kritisieren. Jetzt zum Beispiel, ist ja spannend hier, könnte ich das vielleicht tatsächlich verlieren? Wenn's blöd nachfällt oder so, gibt's da eine Chance. Was passiert, wenn ich das verliere? Nichts, null, nada, niente, gar nix, nothing, überhaupt gar nix. Von daher, dann geh ich einfach in den Kampf und mach ihn normal. Das finde ich so ein bisschen schade an dem Spiel. Das nimmt mir die Spannung, die Konzentration, weil wenn ich verliere, na und, geh ich halt gleich wieder rein und dann gewinne ich sicherlich, weil's dann besser liegt. Also ich verliere ja eigentlich, weil's mal nicht gut gelegen hat. Das nimmt mir schon so ein bisschen Spannung raus. Aber, na gut. Ich hab vergessen zu schauen, wie viel Schlüssel ich bekommen habe. Das werde ich gleich mal tun. Aber ich mach noch schnell den Dungeon hier fertig. Was soll ich denn jetzt für eine Tür öffnen? Brauche eure Meinung. Sieben. Ja, sieben ist gut. Also, wenn ich Tür Nummer sieben öffne, dann werde ich garantiert nicht auf eine Falle treffen. Unten Mitte, oben Mitte, unten Mitte. Hm, also, 2 zu 1 für Unten Mitte. Wahrscheinlich würde ich jetzt mal sagen, Mitte, unten nochmal. Oh, der ist schon 3 zu 1. Ich wollte sagen, wahrscheinlich hat Mare recht, weil Mare kann man vertrauen. Die hat eine Intuition, das ist sagenhaft. Okay, nochmal Unten Mitte. Na dann, dann mach ich's mal. Ja. Vielen Dank, ihr lieben Leute, die ihr unten Mitte gesagt habt. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob Mare recht gehabt hätte. Auch nicht. Ha, 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 na dann, dann ist ja alles gut. Gut, gut, äh, dann ist es eh wusch. Dann kann ich jetzt auch vorher noch, ja, Treppe. Na gut, dann Diamantina noch plätten. Ja, ihr seid ja, ihr seid ja tolle, äh, ihr habt tolle präkognitive Fähigkeiten, muss ich mal sagen. Also ihr seid so gut vorausschauend, nicht schlecht, dass ihr genau wusstet, welche Tür ich aufwachen muss. Ha, 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 ha. Ja, vielen Dank. so dann wenn wir mal rot explodieren lassen und mich gleichzeitig heilen und mir ein bisschen leben geben das macht er die linie aber leider habe ich mein team nicht testen können weil ich nicht in die stille falle gerutscht bin da schon wieder einer weg naja gut ist egal ich muss ja nur jetzt einmal noch so gott füllen und das geht schnell da ist er schon voll sollte doch sagen wo fallen sind oder ja ja völlig richtig hast du gut erkannt ja das genau richtig gesagt wo ist die falle und also hat total gestimmt wobei du hast eigentlich überhaupt nichts dazu gesagt oder wir sollten du hast dich ja schön fleißig rausgehalten fleißig rausgehalten gebe ich dragonit aus ich glaube nicht wie viel habe ich denn 613 ich kann warten so dringend ist es ich habe ja alle sechs drachen mir fehlt noch die diamantina also von daher also mg war nicht falsch absolut mg lag nicht falsch muss man sagen ja ich habe hier kann ich ja mal zeigen dieses team mir überlegt gehabt wenn ich reingehe und bin still dass ich mit beatrix spiele und ich wollte endlich mal wieder habe ich schon lange nicht mehr mit der wilden königin spielen ist natürlich wahnsinnig riskant ist schon klar aber ich habe bock drauf weil troll an position 1 wilde königin und dies mara klinger lässt irgendeine farbe in dem fall der lila explodieren und beschwört nach und habe ich deswegen drin weil ich wer viel grün erzeugen werde und weil ich noch eine farbe brauchen gebraucht habe und das ist halt rot die vorher nicht besetzt war ich habe geguckt nach rot gelben waffen aber da gibt es keine die für mich da gut rein passt insofern rot und grün passt da ganz gut ja das wollte ich eigentlich gerne spielen wird nicht super schnell voll aber ich brauche ja ein vierer und dann ist alles aufgelöst und dann spiele ich mal wieder mit der wilden königin aber naja gut schade wollte ich mal testen die kammerschlüssel wie viel habe ich dann bekommen wollen wir mal schauen also ich habe jetzt 128 das heißt ich habe 13 kammerschlüssel bekommen und bei den epischen habe ich einen bekommen also 13 kammerschlüssel und ein epischer 13 kammerschlüssel und ein epischer und hier habe ich auch noch mal zwei quasi dazu bekommen das heißt um wieder weitere schlüssel zu bekommen kann man schlüssel zu bekommen kurz mal gucken lupus habe ich bestimmt auch voll ja ja ich habe ja alle voll irgendwie oder ganz viele dann wo wollte ich gucken ach so mal kurz in schatzkammer und wieder raus und dann sollte jetzt hier schatzkammer stehen steht nicht dann war das vorhin zufall ja offensichtlich da ist das gerade abgelaufen wer hatten den trick gesagt mit kurz in die schatzkammer rein und dann wieder raus und dann sieht man schon naja gut ich kann ja mal ich kann ja mal rein gehen in die schatzkammer und mal einen von den schlüsseln aus vielleicht mal einen epischen schlüssel und das spiele ich mit einem mit centuragon am ende sind wir wieder schuld natürlich irgendjemand muss doch immer schuld sein also wenn es in deutschland irgendwas gibt was wichtig ist dann ist es schuld haben oder keine schuld haben ja okay dann werde ich mal centuragon voll machen und jetzt dann sulgoth voll machen interessant dass da so ein so ein was war denn das so ein gargoyle drin war hier wie heißt der weiß ich nicht jetzt egal was habe ich dann gehabt 120 seelen 25 chaos splitter oh 288.000 gold ist der ist halt ein epischer schlüssel gewesen auch das meine normal mal gucken ich werde gleich noch mal das machen was dazu gerade sagt in haustier rettung rein und wieder rausgehen und so jetzt der dämonen gnome ist da jetzt reingekommen ja da geht auch gleich wieder raus ich glaube ich will aber den hier als erstes wegnehmen ok der ist immer in der epischen drin deswegen den spiele ich sehr selten ähm da ist immer einer drin offensichtlich weil davor war ja auch einer 3000 gold 360 edelsteine halleluja leute was sagt ihr denn dazu 360 edelsteine ich weiß was ich jetzt mache ich gehe in den dungeon und hole mir 60 dragoni habe ich doch gerade verdient oder dann kann ich es auch dafür ausgeben ja sehr cool danke für die ganzen erklärungen hatte das gar nicht auf dem schirm sehr schön high happen prima ja und deswegen also das berühmt berüchtigte schatzkammer event oder gnome event um die ganzen kammerschlüssel zu kriegen und das besondere was ich leider nicht sein konnte deswegen gehe ich jetzt trotzdem noch mal in einen kampf rein das besondere sind die orbs die man hier in der schatzkammer halt relativ gut bekommen kann in anführungsstrichen da kriegt man natürlich auch als belohnung für die events und so aber hier kann man das einigermaßen gut bekommen ähm so ich wollte nur kurz mal gucken wie der spielfeld aus aufgebaut ist und ich hoffe mal jetzt ein Orb zu bekommen und deswegen macht man das ganze Farmen mit den Gnomen und so, weil wie gesagt, das ist ja halt eine der besten Ressourcen, diese Kammerschlüssel, die einzulösen das macht's schon, da springt schon ganz schön was bei raus, aber auch Seelen oder Gold, wer das noch braucht und so, kann halt da auch sehr kommen Ne, ich krieg keine Orbs leider, na gut dann müsst ihr mir das jetzt einfach glauben dass es die da drin gibt und ja was wollte ich nochmal, ich wollte glaube ich beim Inventar, was gab's dann da noch zu gucken die Kammerschlüssel, klar verfluchte Runen, Dragonit dann die verschiedenen Orbs, die es da gibt, hab ich glaube ich auch gezeigt ja leider, mit den Diamanten das traue ich mich ja gar nicht zu zeigen weil ich weiß, dann sind einige total neidisch aber wenn ihr erstmal alle mythischen Figuren habt dann wisst ihr nicht mehr, was ihr mit den Diamanten machen solltet und ich weiß dass da viele denken was ist das denn für eine Summe 37.700 Diamanten 4000 braucht man für eine mythische also ich könnte neun mythische mir einfach mal jetzt mal schnell in der Schatzkammer zusammenschmieden aber das kommt einfach mit der Zeit weil ich hab jetzt seit zwei Jahren oder so alle mythischen Figuren und hab die nicht mehr bis auf den Hort Mimic natürlich und hab da nicht mehr den gekauft die Scherben, die hab ich jetzt nicht mehr so viel 585.000 wenn du das sehen willst 585.000 aber ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast MG, du warst ja länger nicht da hier, schau mal Level von Dunkelstein hahaha 20 sollte man die Kammerschlüssel während des Events ausgeben oder ist das egal? es ist prinzipiell eigentlich egal es gibt natürlich auch in der Kammerschlüssel in der in der Schatzkammer ein klein bisschen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dass da mal als Belohnung auch ein Kammerschlüssel kommt deswegen passt das auch schon zusammen ähm ja aber ähm ist kein Muss weil an sich äh der ist so selten da drin also nur wenn du sagst ich will gucken ob ich vielleicht auch einen Kammerschlüssel kriege dann macht das eigentlich Sinn das während des Events zu spielen aber das ist eigentlich nicht nötig Frank äh MG was meinst du mit oh mein Gott und äh Hi-Fappen nee Hi-Happen Entschuldigung ich hab falsch gelesen Hi-Happen ich grüße dich übrigens du hättest Lust bei uns mitzumachen ja das klingt doch nett dann äh Sasu schreibt dich schon grad an und dann äh nimm einfach Kontakte mit Sasu auf Uli ihr beide nehmt wahrscheinlich schon Kontakt miteinander auf ähm Dunkelstein auf 20 ja ja gerne Frank 26 Diamanten hab ich auch wieder reingeholt durch die durch den Tribut na schön ja so viel zum Thema Gnomen und Schatzkammer und Schlüssel und mit welchen Teams und so weiter ich hoffe das meiste ist erklärt worden ich hab nicht viel ausgelassen und vergessen ein bisschen durcheinander war das viel leicht mit diesem äh wenn es abgelaufen ist dass ich dann die volle Belohnung kriege auch bei E1 aber dass man das auf eigentlich E12 spielen sollte wenn man dann einen Verfluchten oder einen Dragonit Gnomen drin hat und dann diese 45 Sekunden mindestens wartet um die volle Belohnung zu kriegen weil das hatte ich vergessen weil ja auch nicht nur die Zeit eine Rolle spielt sondern eben auch der Vergleich zwischen der Teamstärke ähm so also Moment Stopp ähm Frank ich hab doch gesagt dass die Wahrscheinlichkeit ein Kammerschlüsse zu kriegen ist eventuell höher ist jetzt beim Gnome Event aber MG schreibt gerade eigentlich sollte die Wahrscheinlichkeit genauso sein äh nach dem Event wie während des Events gut ich glaube also ich habe ganz ich habe so selten überhaupt mal einen Kammerschlüssel bekommen ich würde sagen bei vielleicht alle 500 Versuche mal reinzugehen in die in das äh in die Gnomenschatzkammer vielleicht bei allen 500 habe ich mal einen Kammerschlüssel bekommen oder so und meine im Kopf zu haben wahrscheinlich deswegen diese Vermutung ähm dass das auch bei den Events passiert ist aber gut wenn jetzt MG sagt ne eigentlich ist das genau so wie nach dem Event dann ist es also wirklich egal wann du das spielst also ja eine Discord Einladung äh Zazu oder Hef könnt ihr mal unseren Discord Link noch kurz reinstellen weil ich bin jetzt nicht im Discord und so ist natürlich während ich streame auch blöd könnt ihr das nochmal reinstellen dass High Happen da mit uns Kontakt aufnehmen kann ja dann wünsche ich euch genau MG nochmal die Bestätigung spiel die Kammerschlüssel nach dem Event also auch Frank sagt danke an MG sehr gut super haben wir das auch geregelt vielen Dank für das fleißige mitmachen danke für die Unterstützung falls ich mal irgendwas sage was nicht ganz korrekt ist danke dafür ja und für das mitschauen und ja vielleicht hat der ein oder andere ja Lust auch meinen Kanal zu unterstützen da würde ich mich über eine Mitgliedschaft natürlich freuen ist ja nicht besonders teuer und ihr würdet mich psychisch als auch ein bisschen mit mit 1,99 für die normale Mitgliedschaft unterstützen würde mich natürlich sehr freuen okay dann viel Spaß zum Super Bowl habt ihr hoffentlich alle Getränke und alle Chips und alles dabei und die Nacht wird wahrscheinlich kurz lasst es euch gut gehen viel Spaß beim gucken und bei der Halbzeitshow gehe ich meistens erstmal eine Runde pennen okay also viel Spaß ich würde mich über einen Daumen hoch über ein Like freuen und bis demnächst wir sehen uns morgen bei der Wochenvorschau Tschüss spünen dann bis gitu Vielen Dank.